So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses, der Dicke, eine neue Folge Max Out Monday. Und ich sehe schon, letzte Woche Montag, der Zahnarzt hat alles kaputt gemacht. Denn die Max Out Monday Folge ging total unter. Aber die Zahnarzt Folge hat einfach die ganze Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Ja, deswegen gab es auch nur 14 Kommentare jetzt. An sich gab es auch kein Event großartig jetzt, wo man was hätte machen sollen. Deswegen wähle ich mir einfach ein random Pokémon aus, als Titel-Pokémon. Denn wir wollen wieder Max Out Monday machen. Wenn ich ein 100% Pokémon habe und genügend XL, um es auf Level 50 zu ziehen, möchte ich das auf Level 50 ziehen. Ich wähle ein Titel-Pokémon aus und nehme noch 5 Vorschläge aus der Community an. Ihr müsst dafür immer kommentieren. Ja, keine Ahnung, das GPS spinnt auch schon wieder. Der rennt schon wieder hier oben beim Schachbrett-Tisch rum. Ne, seht ihr hier? Der Schachbrett-Tisch sieht wunderbar aus, mega schön. Und dann ist er wieder unten bei mir und dann ist er wieder beim Schachbrett. Also ich habe keine Ahnung. Und dann wirst du gebannt, wegen Standortveränderung. Obwohl das GPS nur rumdriftet. Wir gehen jetzt mal hier in den Beutel. Ich gebe zuerst mal 4 Sterne Krypto ein und habe mir hier was rausgesucht, was ich heute machen möchte. Wir haben letztens nämlich schon mal einen Impergator gehabt. Wer sich daran noch erinnern kann, Impergator 100% Krypto Level 50 mit Best Buddy Badge auf 3230. Und heute möchte ich dieses Endivier machen. Dasselbe damit. Und mit dem dann natürlich auch als Buddy versuchen, die Best Buddy Badge zu erreichen. Da ich auch alle 100%igen Kryptos mal auf 50 mit Best Buddy Badge haben möchte. Das ist mein Titel Pokémon für heute. Ich werde jetzt einfach erst hochziehen. 777 WP gibt es hier dazu. 59 KP. Jetzt entwickeln wir es noch zweimal. Hat natürlich dann keine CD-Attacke. Vielleicht hätte man warten sollen. Oder man nutzt Top-Lade-TMs, falls man das doch irgendwann mal braucht. Oder man sammelt es einfach und guckt gar nicht auf die Attacke. Das wäre auch eine Option. Jetzt haben wir erstmal ein Krypto-Lore-Blatt. Hier. Neuer Rekord-Gesamtgröße. Auf der anderen Seite habe ich mich bis jetzt rumgeärgert mit meinem Sperrmüll. Habe immer noch keine Lösung. Das wird nochmal ein Thema sein für kommende Streams. Ramses und der Sperrmüll und alles. Alles, was ich dachte, was eine Lösung war, ist heute weggefallen. Hat sich in Luft aufgelöst. Und ich stehe jetzt hier am Existenzabgrund und habe einfach keinen Plan mehr. Mega-Knee kommt auf 2725 WP. Das ist jetzt nicht so groß und stark. Aber dieser stinkende Rauch und die roten Augen sehen trotzdem richtig genial aus. Hat Rankenhieb und Solarstrahl und ist mein Titel-Pokémon. 100% Mega-Knee Level 50 in Krypto. Wir können sie aber bewerten, dass man das sieht. Das sieht auf dem Summary nämlich besser aus, als wenn man nicht diese Bewertung sieht. Also Bewertung ist da. Und jetzt gehen wir rein. Gucken in eure Vorschläge. Welche fünf Pokémon soll ich maxen? Was habt ihr euch gewünscht? Gehen auf Neueste zuerst. Fahren bis runter. Und haben hier Fadikomur. Mein Vorschlag ist zu Bart. Und daran erkennt man dann auch immer, wer die Folgen guckt und wer die Folgen noch nicht guckt. Wenn wir nämlich zu Bart eingeben und auf die Familie gehen, dann sehen wir schon. Wir haben das X-Bart schon auf 50 gemaxed mit 2900. Wir haben das Golbert auf 2200. Aber das Zubart haben wir noch nicht. Damit ist diese Familie jetzt auch vollständig, komplett auf Level 50. Alle drei aus der Familie. Und irgendjemand wird sich sicherlich wieder den Spaß erlauben und unter dieses Video schreiben. Max doch mal ein Zubart. Hahaha. Ja, das könnt ihr sein. Wenn ihr das sein wollt, dann schreibt das drunter. Hier kommt jetzt der Level 50 Tag dran. Level 50. 100% Zubart. Heute nehme ich mal nicht mit dem iPhone auf, sondern mit dem... Ähm... Mit dem Bummels-Phone, genau. So, das ist der erste. Zweites. Genaya. Versuch Nummer 3. Skunk Tank Donarion Togedemaru Zablarang. Togedemaru. Kann man zeigen, dass das ja nur ein eigenständiges Pokémon ist und schon auf 50 ist mit 2,4. Gucken wir mal nach Zablarang. Zablarang ist dieses hässliche Etwas. Zablarang. Bisa Floor. Das werden wir jetzt einfach pushen. Die XL sind da. Das ist cool. Das ist wenigstens mal wieder eine Endentwicklung. Wow. Nicht die kleinen, dicken, sondern die fetten Endentwicklungen. Zablarang. Funkensprung. Donnerblitz. Über 3.000. Kriegt ihr auch den Level 50. Tag dran. Einer hat letztens auch gefragt, wie kriegt man denn diese Sachen da. Das sind Tags. Die können ihr festlegen bei den Pokémon. Die können die Farbe bestimmen. Ihr könnt den Titel bestimmen. Ich habe einen Level 50 Tag. Einen 100 Tag. Ich habe einen Krypto Tag. Einen Shiny Tag und so Zeugs. Das war Zablarang. Grüße an Genaya. Das war die 2. Und dann kommt der Michael Maiselig. Bibor würde ich vorschlagen. Und passend dazu, da hat wohl jemand die Folge nicht geschaut. Denn Bibor, das ist, die Leute sagen, ja, ich kann mir leider nicht alles merken, was du bisher in allen Folgen schon mal gemacht hast. Deswegen schlage ich das vor. Aber in der allerletzten Folge habe ich gezeigt, dass Bibor auf 50 ist, Kokuna auf 50 ist und nur noch Honly auf 50 ist. Die Familie ist komplett voll. Und Michael schreibt drunter, dann sage ich Bibor. Also, ja. Aber solche Leute sind halt, das finde ich immer lustig. So, Kai. Mein Vorschlag wäre Pandifrost und Golgantis. Pandifrost, da weiß ich jetzt schon, dass ich da, Pand, dass ich keinen Hunderter habe. Ich habe keinen Hunderter Pandifrost. Also kann ich es nicht maxen. Und Pandimos ist auf 100. Wir können aber Golgantis nehmen. Sehen wir, wir haben einen auf Level 50. Und den Golbit können wir nicht maxen, da wir zu wenig XL haben. Geht also nicht. Bisher nur Fatih und Genaya mit Vorschlägen, die durchgegangen sind. Es sind trotzdem immer noch drei übrig. Bubblegum Haze. Ich würde Tropius, Ilumise oder Relikant vorschlagen. Tropius, Relikant, kann ich jetzt schon sagen, sind regionale, die es zur Höhentour dann aus Eiern gibt. Vielleicht hat man ja Glück und brütet zur Höhentour, welche aus Eiern, um dann XL zu haben. Vorher hat, glaube ich, niemand die XL für Tropius und Relikant. Wir können aber nach Ilumise gucken. Denn Ilumise ist ja öfters schon bei uns aufgetreten. Hat dann immer mal gewechselt mit Volbeat. Volbeat, Ilumise, die haben gewechselt. Also Vorschlag ist machbar. 384 Ilumise Bongbongs. Kommt auf 2002. Das heißt, passender Vorschlag hier vom Bubblegum Haze. Machen wir auch den Level 50 Tech dran. 2002. Wir können ja mal vergleichen mit Volbeat. Wie der ausschaut, hat auch 2002. Passt also perfekt. Volbeat, Ilumise, beide auf 2002. Grüße gehen raus an Bubblegum Haze. Super genialer Vorschlag und Tropius Relikant. Kriegen wir bestimmt auch noch hin demnächst, wenn die Höhentour dann endlich startet. Oliver sagt immer noch Klavion. Klavion, 2XL. Wenn ich in einer Folge zeige, Klavion. Ich glaube eine Woche später hat er immer noch 2XL. Also ich weiß nicht, was die Woche alles passiert. Aber ich bin mir relativ sicher, wenn ich diese Woche 2XL habe, dass ich nächste Woche auch 2XL habe. Weil wo soll es denn herkommen? Zwei Vorschläge sind trotzdem noch übrig. Jetzt kommt hier der SMG. Kannst du ein Simbulara, ein Lame Lux, ein Hisu Electroball und ein Diktri und ein Mautzinger mexen? Dann Simbulara, weiß ich jetzt schon, ist dasselbe, ist ein regionales. Also haben wir, habe ich natürlich keine XL. Ich habe 4XL. Mehr habe ich nicht. Lame Lux, Hisui, Voltoball. Lame Lux ist gemaxed. Wir nehmen einfach Bubungus noch dazu und sind mit Lame Lux, Bubungus auch fertig. So machen wir das. So regeln wir jetzt die Dinge. Level 50 Tag, dran geklatscht. Bei Hisui Voltoball habe ich glaube ich auch sowieso Voltoball, Electroball, irgendwas fertig. Rest ist egal. Dankeschön an SMG. Und ich glaube eins steht noch aus. Gehen wir mal zum Pokerhunder. Dann nochmal ein Darmhierplex oder ein Griffildis. Darm hier. Warte, wir gucken erstmal nach Griffildis. Drie. Griffel, Ambediffel, Griffeldis mit Y. Griffeldis. Ist ein Hunderter. Haben wir schon gemaxed. Muss man nochmal zeigen. Gibt es hier nur aus 12 Kilometer Eiern. Ist also richtig genial. Noch eins habe ich leider nicht. Also Skaluk Vorstufe habe ich nicht. Gehen auf. Was? Da Darm hier. Darm, Darm Hirsch. Darm hier Blacks. Der ist angezeigt. Auf Level 50. Mit Glöckchen sogar dran. Richtig genial, oder? Der ist ohne Glöckchen, der ist mit Glöckchen. Aber nur weil der kein Kostüm hat, würde ich den nicht maxen. Es ist ja dasselbe Pokémon. Steht also immer noch eins aus. Miku. Mein Vorschlag wäre Apokalyb oder einer von der Nido-Familie. Gucken wir mal auf Apokalyb. Akko, Apo, Apokalyb. Apokalyb. Ich habe kein blaues Hunderter. Das gab es aus Feldforschungen. Das war richtig genial. Ich habe aber keins. Hannes hat eins. Da freue ich mich total. Wir haben also Quabbel Apokalyb. Und wir haben genügend XL und können ein Apokalyb auf Level 50 ziehen. 907 dazu. 2644 kriegt hier auch den Level 50 Tag. Und sieht halt mega mies aus. Ist das eine Nase? Ist das ein Mund? Was soll das sein, was der da hat? Ich dachte, er bewegt das vielleicht. So könnte es doch einfach eine Nase sein. Ansonsten waren das alle Vorschläge. Danach kommen nur noch Jochen, Balou, User irgendwas. Ich glaube, das ist das 1-2-3-Kit. Benjamin Engel. Ihr seht, so viele Vorschläge waren gar nicht mehr da. Deswegen ist es wichtig, dass ihr Vorschläge macht unter diese Raid am Max Out Monday Folge. Raid am Max Out Monday. Macht Vorschläge unter diese Max Out Monday Folge mit euren Lieblings-Pokémon, die ich mal maxen soll. Oder mit Pokémon, wo ihr denkt, dass die noch nicht gemaxed sind, aber möglich wären zu maxen. Nur, dass sie nicht genannt werden. Versteift euch nicht immer so auf die Regionalen. Das sind Regionale, ja. Es sind Regionale. Gefühlt ist das was, was man gar nicht maxen kann, weil man gar keine Bonbons haben kann. Also geht nicht nur auf die Regionalen. Tut eurer Kreativität freien Lauf lassen und der Rest ist super. So, dann ansonsten war es das von meiner Seite aus. Neue Level 50er Pokis und natürlich ein super geniales Toxmox mit super Freunden. In der Krypto-Variante 100% Megani. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns heute Abend bei Chill mit Ramses. 20 Uhr bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses und ciao.